Musik Nichts im Leben ist so einschneidend wie der Tod eines geliebten Menschen. Ein Pietät voller Abschied und eine persönliche Gestaltung der Trauerfeier sind von großer Bedeutung für die Trauerarbeit. Das Krematorium Niederrhein-Willig ist einzigartig. Nicht nur dank seiner wunderschönen Lage und der monumentalen Ausstrahlung, sondern vor allem wegen seiner vielfältigen Möglichkeiten. Möglichkeiten, bei denen die persönlichen Wünsche jeweils im Vordergrund stehen. Wir haben alles daran gesetzt, eine stimmungsvolle und wohltuende Umgebung für einen würdevollen Abschied zu schaffen. Das Krematorium Niederrhein-Willig verfügt über zwei stimmungsvolle Zeremoniehallen und verschiedene Kondolenzräume mit einem umfassenden Gastronomieangebot. Darüber hinaus gibt es einzigartige Trauerzimmer, in denen die Angehörigen zu jeder gewünschten Zeit Abschied von ihrem Verstorbenen nehmen können. Das Krematorium Niederrhein-Willig ist auf einem historischen Landgut in Willig gelegen, einem prachtvollen ländlichen Gebiet mit alten Bäumen. Dank seiner Lage direkt an der Ausfahrt 23 der A44 ist das Krematorium hervorragend erreichbar. Beim Tod eines Angehörigen übernehmen selbstverständlich sie die Gestaltung der Trauerfeier. Ausgangspunkt sind dabei stets die Wünsche des Verstorbenen oder der Angehörigen. Ihr Bestattungsunternehmen ist ein wichtiger Ratgeber, aber auch wir stehen Ihnen für Ihre Fragen oder um einen Termin für einen Besuch bei uns zu vereinbaren zur Verfügung. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Wir zeigen Ihnen gerne die gesamte Anlage. Vor Beginn der Trauerfeier werden Familie und Gäste im stimmungsvollen Foyer empfangen. Die direkten Angehörigen können sich vor Beginn der Trauerfeier auch in einem speziellen Familienzimmer im Hauptgebäude aufhalten. Unser Dienstleistungsangebot ist vollständig auf die persönliche Gestaltung der Trauerfeier eingerichtet. Dabei ist innerhalb des gesetzlichen Rahmens alles möglich. Ausgangspunkt sind jeweils Ihre Wünsche. Sie bestimmen selbst, ob ein Geistlicher bei der Feier anwesend ist, wer die Sprecher sind und welche Musik erklingt. Es ist ausreichend Raum vorhanden, Ihre eigene Religion, Weltanschauung und Kultur zu praktizieren. Das Krematorium Niederrhein-Willig verfügt über zwei Zeremoniehallen mit jeweils eigener Ausstrahlung. Eine Trauerhalle ist speziell für größere Trauerfeiern eingerichtet, die andere für einen kleineren Rahmen. Um die Gestaltung der Trauerfeier nach Ihren Wünschen zu ermöglichen, sind beide Räume mit professionellen Audio- und Videogeräten ausgestattet. Während der Trauerfeier können somit auch Fotos, Videos und oder zum Beispiel eine Computerpräsentation gezeigt werden. Alles ist möglich. In beiden Zeremoniehallen besteht die Möglichkeit, die gesamte Trauerfeier als persönliche Erinnerung auf DVD oder CD festzuhalten. Unsere Erfahrung nach ist Musik ein wichtiges Element auf einer Trauerfeier. Das Krematorium Niederrhein-Willig verfügt über ein moderne Studio mit einer umfassenden Musikbibliothek. Von Klassik bis Modern, von Jazz bis Schlager ist alles vorhanden. Unsere Mitarbeiter beraten Sie auf Wunsch gern. Selbstverständlich ist auch Live-Musik möglich. Wir denken gerne mit Ihnen mit. So können wir beispielsweise für einen Flügel und einen Pianisten sorgen. Natürlich kann auch ein Familienmitglied selbst spielen oder singen. Auch hier sind keine Grenzen gesetzt. Gleich nach der Trauerfeier kann der Sarg zum Einfuhrraum gebracht werden. Selbstverständlich können Familienangehörige den Verstorbenen dabei begleiten. Auf Wunsch können die Angehörigen auch bei der Einfahrt des Sarges in den Ofen anwesend sein und beispielsweise zuvor noch eine Rose als letzten Abschied auf den Sarg legen. Wir sorgen dafür, dass die Familie nach der Kremation so rasch wie möglich zur Beisetzung über die Asche verfügen kann. Nach der Trauerfeier besteht die Möglichkeit zum Kondolieren. Für einen stilvollen Empfang von Familie, Freunden und anderen Trauergästen verfügt das Krematorium Niederrhein-Willig über verschiedene Räume mit einem umfassenden gastronomischen Angebot. Die moderne, professionelle Küche bietet zahlreiche kulinarische Möglichkeiten. Dazu gehört natürlich Kaffee und Kuchen. Wir servieren aber auch eine reichhaltige Brotzeit, alkoholische Getränke, herzhafte Häppchen und exklusive Sandwiches. Alles ist möglich. Das Krematorium Niederrhein-Willig sorgt dafür, dass die Familie nach der Kremation so rasch wie möglich über die Asche verfügen kann. Auf Wunsch können wir die Asche auch im Krematorium aufbewahren. Dazu wurde im monumentalen Hauptgebäude eigens ein Ort eingerichtet, an dem sie die Urne besuchen können. Im stimmungsvollen Garten am Krematorium besteht auf Wunsch die Möglichkeit zum Gedenken an den Verstorbenen, eine Skulptur oder Plakette aufzustellen bzw. anzubringen. Das monumentale Hauptgebäude Das Krematorium Niederrhein-Willig verfügt über besondere Aufbahrungsräume mit jeweils einem eigenen häuslichen Ambiente und einer ruhigen Ausstrahlung. Der endgültige Abschied von einem geliebten Menschen gehört zu den schwersten Momenten im Leben. Dessen sind wir uns bewusst. Unsere Trauerzimmer sind für Angehörige rund um die Uhr zugänglich, sodass sie Abschied nehmen können, wann sie möchten. Dazu erhalten sie einen eigenen persönlichen digitalen Schlüssel für diesen Raum. Der intime und stimmige Charakter des Krematoriums Niederrhein-Willig bietet Raum für alle möglichen persönlichen Wünsche. Sie können sicher sein, dass wir nach Rücksprache mit Ihrem Bestattungsunternehmen alles tun werden, damit sich der Abschied in einem würdevollen, pietätvollen und persönlichen Rahmen vollziehen kann. Wichtig ist, dass Sie eine Entscheidung treffen, die Ihre Wünsche voll zum Ausdruck bringt. Haben Sie Fragen oder möchten Sie sich bei einer Führung näher über unsere Möglichkeiten informieren? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir sind immer für Sie da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017